Wenn ihr das Video schon gemerkt habt, was der Jack schon hochgeladen hat, bin ich für die Rennspiele und so verantwortlich und Strategie natürlich und da es hier kein Let's Play dazu geben wird, mache ich ein Let's Play zu Need for Speed Rivals und vielleicht wird es ja irgendwann die Option geben, dass man seinen Spielstand zurücksetzen kann, vielleicht am Ende der Kampagne hier und dann werde ich das natürlich auch nochmal Let's Playen, ansonsten einfach mal solche Videos. So, ich weiß noch nicht mit welchem Strategiespiel ich anfangen werde, ich will das jetzt so machen, zwei Projekte am Anfang, einmal natürlich ein Rennspiel, wow, ok, was läuft denn jetzt?